Hallihallo Leute ich habe mich dazu entschlossen jetzt eine Endergameserie zu machen da könnt ihr verfolgen wie man vom blutigen Anfänger zum Pro wird oder auch ein blutiger Anfänger bleibt ja wir werden probieren so schnell wie möglich besser zu werden weil am Anfang naja es ist noch nicht so prickelnd aber wir werden versuchen hier einfach uns durchzukämpfen um immer besser zu werden also das ist jetzt das erste video von was weiß ich wie vielen aber mal gucken ob wir es schaffen auf die schnelle besser zu werden vielleicht auch eure unterstützung durch tipps kommentare ja wir warten jetzt bis dieses erste spiel hier losgeht wir haben jetzt eine gewisse taktik entwickelt so gesehen aber mal gucken wir haben jetzt einen guten Tag die drei vier zwei eins go gepear 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 Neiiiin da war so knapp ein Bier alter fickt euch Gibt es doch nicht. Gibt es doch nicht. Ja, kann es doch nicht sein. Fisch, Erfahrungstrank, jawohl. Fisch, Fisch, Fisch. Jetzt haben wir uns noch einen Baum. Das muss schon mal wenigstens ein Schwert haben. Hä, wieso habe ich bloß einen Block? Alter, wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich trollen? So. Ähm, blalalalam. Hier ist noch mal eine Kiste. Ne, scheiße. Hier, die ist neu. Ui, Tränke, Tränke, Tränke. Und da war. So. Und was sagt der Taro? Taro sagt 18 Blöcke Entfernung, Alter. Ui, da ist er ja schon. Ach, da ist noch eine. Alter, von hinten, ihr Schwuchteln. Alter, wollt ihr mich verarschen? Maaa. Ey, das ist so gay, Alter, wenn sie dich von hinten angreifen. Mann. Mann. Mann ey, das kotzt mich an. Wie viele Punkte fehlen uns denn noch? Einige. Okay. Wir müssen ungefähr noch, was weiß ich. Puh. Ah. Okay, gibt's 100. Also noch ein paar Kills, bis wir mal genügend Punkte haben. Ja, ja. Machen wir mal 14 Sekunden. Jetzt schaffen wir's vielleicht gerade noch hoch für das kleine Jump'n'Run hier. Ah, da geht's raus. Nein. Jetzt war ich oben, aber hab's ... oder geportet. Ja. Scho... 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 Ahm... 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 And... Go... Jawohl, da war einer schon mal. Das war, da war einer, brauchen wir nicht. aber wir haben schon mal einen Trank der Vergiftung oder Trank des Schadens das rein, das rein, den hin da haben wir schon mal einen Schwerp so, so, so 30 Sekunden noch, 20 was sagt unser Tracker? 24 Blöcke also gut, das ist verdammt nah so ui, Feuerzeug, jawohl Schnelligkeit dran, Pfeile, jawohl gefällt mir, gefällt mir Tracker sagt 73 Blöcke das passt was haben wir hier noch Tolles drin noch eine Tränke, Alter yay ah, wir haben 4 Eisen äh, 4 Gold 4 Gold, 4 Gold, 4 Gold 69, 60, ach ui, der kommt mir entgegen hab ich das Gefühl wow, 4, wow alter so da war noch mehr Pfeile 70 Blöcke 70 Blöcke wow 39 hu 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 60 okay 38 37 36 36 nein, nein alter der hatte auch das scheiß Kit man eh vom ne, der hatte Techniker scheiße man jetzt probieren wir noch eine Runde und dann die Techniker durch jeden kill besser also man eh ah was willst du ah warte Wolle Sackkontrolle ah man ey man 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 3 2 1 lady trip so okay jetzt geht's los jetzt jetzt nimm uns alle ah nee hm 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 pfeile mal wieso habe ich die pfeile nicht bekommen alter fickt euch bogen eisen gold knochen alles am inahe rein im letzten wald hier schnell mal so hier workbench machen kurz die punkten auch noch und tue 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 wir können uns gerade mal ein goldschwert machen schon mal besser so 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 wir müssen auf jeden fall gucken dass man so schnell wie möglich eine kopfbedeckung machen da da im renter jetzt kippt barba Oh nö, Maaan, Alter, schon wieder von hinten, du Hurensohn. Na ja, das war es jetzt erstmal für die Folge, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da oder ein Abo oder ein Kommentar oder irgendwas, bis zum nächsten Mal, ciao, tschüss.